Mission Attacke, in einer beispiellosen verbalen Auseinandersetzung haben Talkmaster Markus Lanz, 53, und der renommierte Schriftsteller Richard David Precht, 58, in ihrer jüngsten Podcast-Folge die Gelegenheit ergriffen, dem bekannten Satiriker Jan Böhmermann, 42, ordentlich die Stirn zu bieten. Ursprünglich hatten Lanz und Precht geplant, in ihrer neuesten Podcast-Episode über das Thema Schuld und Sühne zu sprechen. Wobei sie die Flugblatt-Affäre um den bayerischen Politiker Hubert Aiwanger, 52, Freie Wähler, als exemplarisches Beispiel heranzogen. Die Fragen, die sie aufwerfen, waren von fundamentaler Bedeutung. Sollte man einem erwachsenen Individuum heute die Verfehlungen seiner Jugendzeit anlasten? Wo genau sollte die Grenze gezogen werden? Wie definiert man rechtes Gedankengut und ab welchem Punkt sollte jemand als Nazi betrachtet werden? Wie sollte die Öffentlichkeit mit solchen komplexen Fragen umgehen? Auf ihres Gesprächs gerieten die beiden Podcaster immer mehr in Fahrt und wandten sich schließlich einem prominenten Kollegen zu, der thematisch bestens in ihren Diskurs passte. Wir dürfen die Grenze, die als Nazi-Grenze festgelegt wird, nicht einen Millimeter rechts von der politischen Mitte beginnen lassen, betonte Precht, der häufig das Gefühl hatte, dass diese Grenze in der öffentlichen Debatte zu leichtfertig gezogen wird. Als Beispiel für diesen Umstand führte er Jan Böhmermann an. Denn nach Böhmermanns Sichtweise gerät jeder, der politisch rechts von der SPD steht, unverzüglich unter Nazi-Verdacht, bemerkte Precht. So argumentierte er, würde dem Begriff Nazi seine schärfste Bedeutung rauben. Lanz schloss sich diesem Standpunkt an und kritisierte Böhmermanns häufigen und inflationären Gebrauch des Wortes Nazi, selbst gegenüber Mitgliedern der CDU, und bezeichnete Böhmermanns Herangehensweise als erschreckend. Precht ging sogar noch einen Schritt weiter und nannte Böhmermanns Drang, mit hölzerner Sicherheit darüber zu urteilen. Wer in Deutschland als Nazi zu gelten hat und wer nicht, unerträglich und eine Form von moralischer Selbstgerechtigkeit. Es existieren gerade von angeeigneter Moral, die unserer öffentlichen Debattenkultur einfach nicht zuträglich sind, stellte der Schriftsteller fest. In Bezug auf die Debattenkultur äußerte Lanz, dass Böhmermann selbst Schwierigkeiten mit dieser habe. Vor zwei Jahren nahmen beiden an einer Podiumsdiskussion in der Hamburger St. Michaeliskirche teil. Als es um das Thema Corona ging, Böhmermann warf Lanz damals, wie viele andere, vor, nicht nur die vermeintlich richtigen Standpunkte zu vertreten. Dann auch alternative Meinungen, wie die des Virologen Hendrik Streck, 46, in seiner ZDF-Sendung Markus Lanz zuzulassen. Was Lanz in dieser anschließenden Debatte störte, war Böhmermanns Verhalten. Wenn er sich argumentativ in die Enge getrieben fühlte, dann greift er immer auf den Notausgang Satire zurück, so Lanz. Für ihn war es ärgerlich zu sehen, Wie jemand zuerst provoziert und dann seine berufliche Rolle als Satiriker benutzt, um sich vor unangenehmen Konsequenzen zu schützen. Letztendlich ist das eine Form von Feigheit, kommentierte der Talkmaster. Wer den Mund aufmache, müsse auch die Verantwortung für das übernommene Wort übernehmen und es glaubwürdig vertreten können. Diese harschen Kritik zeigten sich Lanz und Brecht am Ende versündig. Böhmermann interessiert sich hin und wieder für uns, jetzt interessieren wir uns für ihn. Das finde ich positiv, resümierte Markus Lanz.